Selvkom zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur ersten Episode einer neuen Serie hier auf dem Kanal und zwar nervige Dinge in FootChampions, die jeder kennt. Wir listen hier die ganzen Sachen auf, die einen in FootChamps so nerven können, die einem die Weekend League kaputt machen und gegen die man aber nichts tun kann. Und ich möchte euch direkt schon mal bitten, während diese Serie so lange wird, wie ihr es im Endeffekt entscheidet, schreibt die Dinge in die Kommentare, die ihr nervig findet und die ihr oder wo ihr denkt, dass jeder schon mal diese Erfahrung gemacht haben müsste. Grundsätzlich gibt es da bestimmt vieles, was ich auch nicht weiß. Es gibt auf jeden Fall noch eine zweite Episode, die ist bereits geplant. In dieser Episode heute gibt es sechs Fakten und ich denke mal, jeder von euch wird sich damit identifizieren können. Aber wie gesagt, helft mir, diese Serie fortzusetzen und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare. Weiterhelfen könnt ihr mir in der Videobeschreibung. IGVolt, 6% Rababine, Comax Gaming TV, Instagram, Twitter, kostenlos folgen. Ich würde mich freuen und wir legen direkt los mit sechs nervigen Dingen, die jeder FootChamp-Spieler kennt. Um schon mal deeskalierend vorzuwirken, natürlich ist es vollkommen okay, wenn man sich die Fehler, die das Spiel bietet, zu nutzen macht. Jeder benutzt diese Sachen, die ich hier im Video sagen würde und jeder möchte sie natürlich auch zu seinem Vorteil verwenden. Ist ja klar, es geht immerhin in diesem Competitive Mode FootChampions einzig und allein ums Gewinnen. Aber trotzdem bin ich mir hundertprozentig, tausendprozentig sicher, dass wenn diese Sachen gegen euch verwendet werden, sie euch nerven. Und das ist der Punkt von diesem Video. Die erste Sache, wer kennt sie nicht, hängt mit den Torhütern zusammen. Der gegnerische Torwart mutiert in der Partie einfach zu De Gea, Buffon und Manuel Neuer oder nicht Neuer, Ter Stegen. Der ist momentan zumindest nicht verletzt, aber wie auch immer, man kann machen, was man will. Egal wie gut die Chance oder der Abschluss ist, der Ball will einfach nicht vorbei am Kraken im gegnerischen Tor. Und wenn es dann doch mal so ist, dass der Torhüter geschlagen ist, ist es entweder Abseits oder der Ball geht an den Pfosten oder die Latte. Es ist unglaublich nervig, man kann nichts dagegen tun und vor allem sind es nicht die guten Torhüter. Nein, es sind Torhüter wie Begovic, Schmeichel, okay, Fährmann ist gut, aber Begovic und Schmeichel. Begovic und Schmeichel. Pfosten oder Latte, wie gesagt, wäre die Alternative und Aluminiumpech ist bitter. Aber es gibt auch anderes Pechen vor Champions und zwar die Gegner. Egal wie gut man steht oder spielt, an irgendeinem Punkt trifft man plötzlich auf Teams, die von alleine gewinnen. Es gibt Teams, die von alleine gewinnen und warum? Weil sie so gut sind. Man kann machen, was man will, aber man hat keine Chance gegen die Menge von Ikonen, Spielern des Monats oder Informs, die einen erwarten. Und wenn man gegen so einen elitären Gegner noch spielt, elitär im wahrsten Sinne, denn oft entpuppen sich diese Gegner als extrem stark, was die Statistik angeht oder die Siege vor Champions, dann hat man natürlich auch noch Pech mit den Spielern individuell. Und wenn man dann gegen so einen Gegner mal antreten muss und sowieso schon fast jede Hoffnung aufgegeben hat, mit einem Sieg rauszugehen, dann kommen einem die eigenen Spieler in die Quere. Also das ist, denke ich mal, auch schon mal jedem passiert. Der Torhüter vergisst die Grundlagen seines Spiels, weiß nicht mehr, was er seine Hände benutzen darf, weiß nicht mehr, wie er sich hinstellen muss. Die Verteidiger stehen hüftsteif immer an der falschen Stelle oder drehen sich genau so, wie man es nicht haben will. Und die Stürmer, von den Stürmer brauchen eigentlich gar nicht anfangen, weil die vergeben ihre Chancen, die sie im anderen Spiel noch im Schlaf nutzen. Da machen sie fünf Tore ohne Probleme, jeder Ball ist drin. Und hier haben sie 700-prozentige und treffen im Idealfall den gegnerischen Torwart einmal. Und ansonsten schießen sie daneben. Wenn das alles noch nicht reicht, dann kommen noch automatische Wechseln dazu und die Bewegungshilfe. Und auch wenn die einem nicht wohlgesonnen ist, dann kann man sich vom Traum der weißen Weste in Foot Champions direkt schon mal verabschieden. Vor allem in Kombination mit einem starken Gegner. Aber apropos weiße Weste. Wann hat man in Foot Champions in der Weekend League schon mal eine weiße Weste? Ganz, ganz selten. Oft ist der Traum von einem Spiel zu Null ja bereits nach wenigen Sekunden Geschichte oder nicht. Also spätestens nach dem eigenen erzielten Tor. Nach dem ersten. Weil dann macht der Gegner ein, zwei Pässe, einen Doppelpass. Deine komplette Mannschaft ist noch komplett in der gegnerischen Hälfte. Beim Feiern des Tores an der gegnerischen Eckfahne. Und zack, steht es unentschieden. Ganz einfach. Anstoß Glitch. Die wohl effektivste Methode überhaupt, um einen Standard zu verwandeln. Und ja, ein Anstoß ist ein Standard. Es gibt standardmäßig zwei mindestens pro Spiel. In der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit. Dementsprechend ist das für mich ein Standard. Und die Gefahr, Opfer, einmal von diesem Spielfehler zu werden im Spiel. Und ja, es ist ein Spielfehler. Das ist einfach so. Weil in der Realität gibt es diesen Anstoß Glitch nicht. Der kann man sich nicht entziehen. Man kann es nicht vollends verhindern, dass man einmal zumindest im Spiel Gefahr läuft, vom Anstoß Glitch nicht verschont zu werden, sondern halt eben getroffen zu werden. Weil zumindest einmal im Spiel hat der Gegner Anstoß. Und da muss man höllisch aufpassen. Und das ist auf jeden Fall nervig. Zumal, wenn der Gegner dann auch noch erfolgreich ist. Also höllisch aufpassen im Anstoß, aber auch höllisch aufpassen im gegnerischen Strafraum und im eigenen Strafraum. Denn, wenn der Gegner sich in einer total ungefährlichen Position im Sechzehner befindet, am besten noch vom Tor wegläuft, und du ihn trotzdem vom Ball trennen möchtest, dann ist es oft egal, ob du den Ball spielst. Und zwar vollkommen. Also du spielst den Ball, ja. Na und? Elfmeter gibt es trotzdem. Also ganz eindeutig, weil du hast den Gegner am Oberschenkel getroffen. Klar spielst du den Ball, aber trotzdem triffst du den auch. Und dementsprechend gibt es das Foul. Auf der anderen Seite hingegen, vollkommen egal, was der Gegner macht, er tritt deinen Spieler komplett um. Es gibt keinen Elfmeter. Es gibt keinen Foul. Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Ist in FIFA normalerweise ja prädestiniert, dass es nicht so sein soll. Aber gibt es. Definitiv gibt genug Situationen, die genau das beweisen. Und als wenn das noch nicht schlimm genug wäre, die offensichtlichsten Fouls sind die vom Computer gesteuerten Spielern. Beispielsweise, wenn du nicht am Ball bist. Wenn zwei Spieler einfach nebeneinander herlaufen. Und dann einer dem anderen komplett in den Hacken läuft. Und somit den Spieler aus dem Spiel nimmt, weil der hinfällt und man plötzlich komplett platzert, vor dem Tor alleine steht. Aber das pfeift kein Schiedsrichter der Welt. Weil wie sollen die denn Fehler sehen, wenn sie selbst fehlprogrammiert sind? Also die Schiedsrichter, das ist wirklich, ja, das sind absolute Humble-Männer dieses Jahr. Und ich bin froh, dass ich kein Trainer der Premier League bin. Ansonsten würde ich für so eine Aussage sicherlich ein paar Spiele gesperrt werden. Wahr ist es übrigens trotzdem. Anstoßglitch, Fehlentscheidung, welche Probleme könnte es noch geben? Achso, klar. Einen weiteren Logikfehler. Das Ändern der Formation direkt, direkt beim Anpfiff. Mittlerweile scheint das ja so gut wie jeder Spieler zu machen. Also ich persönlich nicht. Aber der Trend hat sich allgemein, denke ich mal, schon durchgesetzt. Anfangs gab es ja noch die overpowerten Standard-Teams. Ihr kennt die Spiele alle. Alle Sandrini, Martial, Mbappé. Und meistens sahen die ungefähr so aus. An sich nichts Verwerfliches. Grundsätzlich vollkommen okay. Aber seit diese 4-3-2-1-Formationen, seit den Patches, die das Spiel ja immer wieder auf den Kopf stellen, nicht mehr ganz so stark ist wie zuvor, da planen diese Füchse, die diese Teams bauen, von denen jeder weiß, dass sie unglaublich stark sind und gegen die keiner spielen möchte, weil sie einfach so overpowered sind um. Die planen um. Bereits vor dem Anpfiff wird dann nämlich einmal auf Start gedrückt und munter drauf losgewechselt. Eigentlich sollte das in Ultimate Team nicht funktionieren und keinen Sinn ergeben, weil, hallo, es gibt ein Chemiesystem. Deine Spieler haben nicht Chemie und die haben sie nur auf ihrer Position. Juckt aber nicht, weil die Formation kann trotzdem geändert werden. Dass dann die Links sich verändern, das interessiert das Spiel doch nicht, weil sobald du auf dem grünen Rasen bist, gibt es diese Links nicht mehr. Die existieren nicht mehr. Die sind vollkommen egal. Und das kann eigentlich nicht sein. Aber es ist so. Und wenn die neue Formation dann schnell mal eingestellt wurde, meistens 4-3-1-2 oder 4-2-3-1, mit einem Team, wo das gar nicht zu passt, und dann im Idealfall noch ein Spieler ausgewechselt wurde, dann kann es losgehen und du wirst komplett auseinandergenommen von Spielern, die einfach genau da spielen, wo sie am besten sind, wo sie aber chemietechnisch nicht spielen dürften. Ja, ja. Das ist absolut nervig. Einfach nur nervig. Und das war's von der ersten Episode von nervige Dinge in Footchamps, die jeder Spieler kennt. Ich hab noch keine Ahnung, ob das der genaue Titel sein wird, aber das waren auf jeden Fall die ersten 6 Sachen. Im nächsten Video wird es weitere 6 Sachen geben und ich bin mir relativ sicher, da werden wir einige Sachen finden, die ziemlich, ziemlich cool sind. Allerdings nur für denjenigen, der genau weiß, wer sie ausnutzen muss und für den Gegner. Oder im Idealfall, wenn man das ganze Video jetzt betrachtet, eigentlich suboptimal Fall für euch, das ist dann nicht so schön. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, Momente oder Szenen oder Ideen, Gedanken, Sachen, bei denen ihr meint, dass sie in Footchampions in der Weekend League extrem nerven und das wird dann eventuell in der dritten Episode aufgegriffen, wenn es denn genug Sachen gibt und ich denke mal, ihr seid kreativ genug, sodass genug Sachen zusammenkommt. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt dabei auf, bis dann. Macht's gut, haut rein und ciao.